Kapitel 3 Ersetzen Mutation und Selektion den Schöpfer? Ersetzen Mutation und Selektionen Ersetzen Biologen alle diese Schöpfungsindizien als Hinweise auf einen Schöpfer ausgedient. Stattdessen glauben sie, natürliche Mechanismen für die Entstehung der Arten gefunden zu haben, die einen Schöpfer überflüssig machen. Diese Mechanismen sollen alleine auf der Basis von Zufällen und Naturgesetzen alle Arten von Lebewesen hervorgebracht haben. Zunächst hatte Darwin seine Theorie der natürlichen Auslese vorgestellt, später wurden auch Mutationen und andere natürliche Prozesse entdeckt. Gemeinsam sollen diese Mechanismen auch die ausgefeiltesten Designs der Lebewesen hervorgebracht haben. Und zwar ohne jede Zielvorgabe und Planung. Ein Schöpfer werde nicht mehr benötigt, wird behauptet. Der Darwin'sche Mechanismus, das Zusammenwirken von Mutation und Auslese, ist bis heute das unverzichtbare Kernstück von Evolutionstheorien. Wie sollen Mutation und Selektion neue Formen hervorbringen? Zum Verständnis wichtig ist der Genpool. Er umfasst alle Genvarianten der einzelnen Merkmale, zum Beispiel Genvarianten für verschiedene Fellfarben. Durch Mutationen können Genvarianten für neue Fellfarben in den Genpool kommen. Durch Auslese bzw. Selektion kann ein Teil verloren gehen. Beispielsweise sind Mäuse mit hellem Fell auf dunklen Böden auffälliger und werden leichter erbeutet und bringen dadurch weniger oder gar keine Nachkommen hervor. Die hellen Varianten werden also durch Selektion entfernt. Was leistet dieser Mechanismus? Zunächst zu den Mutationen. Dabei handelt es sich um Kopierfehler im Erbgut, zum Beispiel ausgelöst durch UV-Strahlung, die in aller Regel mehr oder weniger schädlich ist. Nach aktuellen Evolutionsvorstellungen treten Mutationen ungerichtet auf, d.h. ohne einen Zusammenhang zu gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen des Lebewesens. Wie Mutationen wirken, können wir uns an einem anschaulichen Vergleich klar machen. Das Erbmolekül DNA bildet eine lange Kette von Einzelbausteinen, die in einzelne Chromosomen aufgeteilt sind. Daher besitzt es in gewisser Hinsicht Ähnlichkeiten mit einem geschriebenen Text. Mutationen entsprechen in diesem Vergleich Schreibfehlern. Treten Mutationen in den Geschlechtszellen auf, werden sie an die Nachkommen weitergegeben und können bei ihnen zu Änderungen z.B. im Stoffwechsel oder im äußeren Erscheinungsbild führen. Beispiele sind Änderungen in der Gefiederfärbung beim Wellensittich, Albinus bei Blüten, denen ein bestimmter Farbstoff fehlt, oder Änderung der Schnabelform. Die meisten Mutationen sind schädlich und gehen mit Verlusten oder Missbildung einher, wie bei den Flügelmutanten der Taufliege. Meistens sind durch Mutationen verursachte Veränderungen geringfügig. In manchen Fällen können sie aber auch sehr weitreichend sein, z.B. wenn bei Taufliegen Beine anstelle der Antennen oder ein zweites Flügelpaar anstelle eines Paares von Schwingkölbchen ausgebildet werden. Bei solchen Mutationen sind Regulationsgene betroffen. Diese Gene werden aktiviert, wenn während der individuellen Entwicklung die Ausbildung eines bestimmten Organs, z.B. der Augen oder der Gliedmaßen, beginnt. Hier kann ein kleiner Fehler tatsächlich eine große Wirkung haben, z.B. dass die Augenbildung ausbleibt oder dass falsche Körperanhenge gebildet werden. Evolutionstheoretiker rechnen damit, dass ein kleiner Teil dieser Kopierfehler glückliche Fehler sind, die zufällig zu vorteilhaften Änderungen führen. Hier nun kommt der zweite Faktor, Selektion, zum Zuge. Selektion heißt Auslese. Bei Tieren und Pflanzen derselben Art gibt es so gut wie keine identischen Individuen. Die Unterschiede, z.B. in Größe, Schnelligkeit, Fellfarbe, sind zwischen den einzelnen Individuen zwar meist gering, können aber dennoch einen Überlebensvorteil bedeuten. Von den verschiedenen Ausprägungen einer Art werden nun in einem bestimmten Gebiet in der Regel diejenigen Individuen, die meisten Nachkommen haben, die am besten mit den gerade herrschenden Umweltbedingungen zurechtkommen und damit am konkurrenzfähigsten sind. Das bedeutet Selektion. Kommt eine neue, vorteilhafte Mutation ins Spiel, die ihren Trägern einen Überlebensvorteil verschafft, wird sie sich im Laufe der Zeit durch Auslese durchsetzen. So ist z.B. eine weiße Fellfarbe für einen Eisbären in der Polarregion wegen der Tarnung von Vorteil, aber nicht für einen Bären im Wald. Evolutionstheoretiker sind der Überzeugung, dass auf diese Weise letztlich alle Baupläne der Lebewesen entstanden sind. Ist das schlüssig? Hier muss man bedenken, dass sowohl Mutation als auch Selektion die Zukunft nicht vorhersehen können. Die Fähigkeiten einer kreativen Person, nämlich Vorstellungsvermögen, Überlegung, Planung und Einkalkulieren von Hindernissen usw., stehen allesamt nicht zur Verfügung. Kreative, willensbegabte Personen, also erst recht ein Schöpfer, können viel mehr leisten als bloße natürliche Prozesse. Mutation und Selektion beruhen auf Zufällen und folgen alleine natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Sie beinhalten keinerlei Zielorientierung oder Planung. Außerdem muss beim Zusammenwirken von Mutation und Selektion berücksichtigt werden, dass die Lebewesen nicht wegen Umbau schließen können, wie es der Biologe Günther Osche treffend gesagt hat. Vielmehr müssen sie jederzeit und in jeder Generation überlebensfähig sein. Jeder Umbau muss also bei laufendem Betrieb erfolgen. Das heißt, jeder Mutationsschritt, der irgendwann zu einer evolutionären Neuheit führen soll, darf mindestens das Überleben nicht gefährden und muss möglichst einen gewissen Selektionsvorteil bieten. Zweifellos ist das Wechselspiel von Mutation und Selektion eine Quelle für Veränderungen. Man kennt Zehntausende von Mutationen aus dem Freiland und durch Laborexperimente. Durch Langzeitstudien konnte man auch das Wirken von Selektionen vielfach nachweisen. Ein berühmtes Beispiel ist der Birkenspanner, der in hellen und dunklen Formen vorkommt, die je nach Untergrund unterschiedlich auffällig für Fressfeinde sind. Schlecht getarnte Formen werden eher erbeutet und haben dadurch weniger oder keine Nachkommen. Das ist Selektion. Ein weiteres Beispiel sind die Schnabelgrößen bei den Darwin-Finken. Im Laufe von mehreren Jahren wurden Veränderungen beobachtet, die offenbar mit dem Ausmaß von Trockenheit und damit verbundener härterer Nahrung zusammenhingen. Ein drittes Beispiel sind Eidechsen der Gattung Anolis, die auf den karibischen Inseln vorkommen. Bei ihnen wurden wiederholt Veränderungen in der Körperform, der Beinlänge und bei den Zehenpolstern beobachtet, je nachdem, ob die Tiere sich eher auf Stämmen, dicken oder dünnen Ästen, auf Blättern oder am Boden fortbewegen. Die verschiedenen Ausprägungen konnte man auf Unterschiede im Erbgut zurückführen. Aber die auf diese Weise verursachten Veränderungen haben nach allem, was bisher beobachtet wurde, klare Grenzen. Im vorigen Kapitel hatten wir Schöpfungsindizien vorgestellt, nicht reduzierbar komplexe und spielerisch erscheinende Strukturen sowie Plastizität, also die Fähigkeit, je nach Umweltbedingungen Anpassungsprogramme abzurufen. Außerdem haben wir Bekanntschaft mit einer Art Baukastensystem gemacht. Können Mutation und Selektion diese Kennzeichen hervorbringen? Eine nicht reduzierbar komplexe Struktur, wie zum Beispiel die Zahnräder an den Beinen von Zikadenlarven, benötigt ausgehend von einer Vorläuferkonstellation viele aufeinander abgestimmte Änderungen von einer Generation zur nächsten, also gleichzeitig. Denn solange noch keine neue Funktion, in diesem Fall die Zahnradfunktion, vorliegt, kann eine Mutation nicht durch Auslese beibehalten werden. Sie wird einfach wieder verschwinden, da sie nichts bringt oder sogar schädlich ist. Hierbei muss man nun daran denken, dass die Lebewesen nicht wegen Umbau schließen können. Auch erste Schritte eines Umbaus müssen sich in der Umwelt bereits bewähren, sonst werden sie sich nicht durch Selektion durchsetzen können. Vielmehr werden sie meistens wieder verloren gehen, selbst wenn sie nicht schädlich sind. Es werden also viele passende und aufeinander abgestimmte Mutationen gleichzeitig, von einer Generation zur nächsten benötigt. Da Mutationen völlig zufällig, ungerichtet und zukunftsblind sind, wurde ein solcher Vorgang nie beobachtet und ist auch nicht zu erwarten. Nicht reduzierbar komplexe Strukturen sind Hürden, die durch Mutation und Selektion nicht genommen werden können. Auch die erwähnten Mutationen von Regulationsgenen helfen hier nicht weiter, obwohl sie sprunghafte große Veränderungen auslösen können. Aber diese Veränderungen führen nicht zu neuen Konstruktionselementen oder neuen Stoffwechselwegen, sondern zu einer Angleichung zuvor verschiedener Bauelemente. Somit führen sie nicht zu neuen Konstruktionen und können den Ursprung von Neuheiten nicht erklären. Zudem haben viele Experimente gezeigt, dass größere Änderungen durch Mutationen zu Missbildungen führen und keine Chance haben, erhalten zu bleiben. Bei spielerischer Komplexität geht es um fantasievolle Extras, die keinen zusätzlichen Nutzen für die Funktion bringen. Im vorigen Kapitel hatten wir zum Beispiel den Schlagbaummechanismus beim Wiesensalbei kennengelernt. Solche Extras verbessern die Konkurrenzfähigkeit nicht, sie könnten sogar eher das Gegenteil bewirken. Man denke nur an das aufwendige und auffällige Gefieder mancher Vogelarten. Selektion bedeutet letztlich besserer Fortpflanzungserfolg im Vergleich zu Konkurrenten. Wenn dieser Erfolg bei spielerisch komplex gestalteten Merkmalen aber gar nicht nachweisbar ist, wie soll Selektion solche Kennzeichen bewerten und festhalten? Warum also sollten spielerisch komplexe Merkmale, wie zum Beispiel der Schlagbaummechanismus beim Wiesensalbei, überhaupt auf evolutivem Wege entstehen? Die Annahme einer sexuellen Selektion hilft auch nicht weiter, denn die meisten Tiere kommen auch ohne extravagante Merkmale aus. Selektion kann also auch im Zusammenspiel mit Mutationen die Existenz fantasievoller Extras oder extravaganter Merkmale nicht überzeugend erklären. Denn dazu müssten sie irgendwie im Dienste der Nachkommenproduktion stehen. Das aber scheint nicht der Fall zu sein. Den plastischen Merkmalen, wie zum Beispiel Hornhautverstärkung bei mechanischer Beanspruchung, liegen anspruchsvolle Anpassungsprogramme zugrunde, die nur bei Bedarf abgerufen werden. Durch Selektion kann aber nichts ausgelesen werden, was bloß einen möglichen zukünftigen Bedarf abdeckt. Selektion kann immer nur den gegenwärtigen Nutzen bewerten, also nur das, was augenblicklich das Überleben fördert. Auf Merkmale hin, die erst in der Zukunft nützlich werden könnten, kann nicht selektiert werden. Daher ist auch die in Lebewesen angelegte individuelle Anpassungsfähigkeit eine kaum überwindbare Hürde für natürliche, zukunftsblinde Evolutionsprozesse. Das bei den Lebewesen beobachtbare Baukastensystem und die Mehrfachverwendungen ähnlicher Bauteile erfordert die Annahme, dass ähnliche Konstruktionen mehrfach unabhängig voneinander entstanden sind. Evolutionstheoretiker sprechen in solchen Fällen von Konvergenz. Beispielsweise müssten Schirmchen, Flieger und Ölkörperchen an Samen mehrfach oder sogar vielfach unabhängig entstanden sein. Aus dem Blickwinkel von Evolution ist nicht zu erwarten, dass gleiche oder jedenfalls sehr ähnliche, komplexere Merkmale der Lebewesen mehrfach unabhängig voneinander entstehen. Denn das müsste schrittweise ohne jede übergeordnete Zielvorgabe erfolgen. Konvergenzen galten daher lange Zeit als unwahrscheinlich. Aus evolutionärer Sicht wurde erwartet, dass Konvergenzen von komplexen Merkmalen nicht oder nur höchst selten vorkommen. Mittlerweile hat sich aber ganz klar gezeigt, dass diese Erwartung nicht der Wirklichkeit entspricht. Das überaus zahlreiche Auftreten von Konvergenzen widerspricht daher ganz klar evolutionstheoretischen Erwartungen. Dabei sollten Konvergenzen umso seltener auftreten, je komplexer ein Merkmal ist. Die enorme Häufigkeit von komplexen Konvergenzen in der Welt der Lebewesen liefert somit ein klares Argument gegen eine Entstehung durch zukunftsblinde evolutionäre Mechanismen. Konvergenzen